die 1500 zuschauer hier in der restlos ausverkauften mscher littale gelsenkirchen fordern zugabe von den litauern die eine musik parat haben mit dem namen meeting übersetzt das treffen auf dem eis in gelsenkirchen die zuschauer fragen sich wo ist die partnerin wow spagat die ja 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 na da ist ja die margarita hat ihn doch nicht im stich gelassen der vorwählst und 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 Ich bin der Mann. Ah! 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 No, Herr! Sie. Oh, please. Ah! 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 Ja, es wollte nicht so klappen mit ihrem Treffen, hat sie am Ende dann doch verpasst. Margarita Drobjatsko Povilas Vanagas. Und jetzt fangen sie auf. Autsch! Da wird es kalt. Aber er hat alles unter Kontrolle. Und das ist es doch, was wir sehen wollen. Sexy Ice Dancing. Und endlich einmal muss man nicht auf die strengen Regeln achten, sondern kann machen und tun, was man will. Und jetzt fangen sie an. Und jetzt fangen sie an. Also sie scheinen eine gute Ballettausbildung in Moskau bekommen zu haben, denn da sind sie geboren und trainieren auch weiterhin in Moskau mit Elena Maslen Nikova. Vielen Dank!